wassup leute euer tamu am start und herzlich willkommen zur call of duty modern warfare alpha testphase exklusiv auf der playstation 4 ich bin hyped wir starten wir testen wir gucken und let's go so die alpha teilnahme programms vereinbarung bla annehmen das geht auch klar so was haben wir hier können wir auch fortfahren wie gesagt exklusiv zurzeit nur auf der playstation ich bin auf jeden fall hype auf das spiel generell also sehr vielversprechend aus auf jeden fall mit den gameplays was sie auf jeden fall schon mal rausgehauen haben und ich das ist das erste call of duty wo ich mich mal wieder darauf freue geile grafik geiles gameplay mehr spieler 2 gegen 2 auf jeden fall es gibt nur dieses wochenende aktuell haben wir den 23 freitag also der erste tag und ja ich würde mal sagen let's go ja so die open beta wird auch irgendwann mal denke ich mal kommen aber jetzt erstmal die 2 gegen 2 phase gucken wir erstmal was hier abgeht kleinen tag visitenkarte okay der vorkauf dann ab ins feuer gefecht man geil wird auf jeden fall geil und schon haben wir einfach mal die leute gefunden ihr team treubund ok los 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 boah das wird fett operation king geil fucking lagerhalle machen wir jetzt mal okay ich hab ne schrottflinte vielleicht müssen wir hier die Waffen aufsammeln oder so? Neue Ausrüstung. Oder? Okay. Okay, okay. Geil. Shit. Aiaiaia! Shit. Der hat mich, Mann. Da ist er richtig nubisch. Na, ist er schlecht. Oh, oh, oh. Der Bruder. Geil. Hammer. Okay, ich muss erstmal reinkommen. Geiles Spielmodi, Alter. Let's go, ey. Waffen bereit. Den hab ich. Bamala! Die denken, die können uns ficken oder was? Geil. Waffen bereit. Vorrücken. Wie, jetzt haben wir... Ey, geil, das ist jetzt... Die wechseln sich irgendwie per Runden oder was? Mikro Schuss! Haha. Geil. Ey. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ey, das macht Bock. Alles gefickt. Ich von oben, Alter. Wie so ein... Geil. Okay, das geht auf jeden Fall so zwei Runden jeweils immer. Und dann wechselt man sich mit den Waffen durch. Ey. Bam, den hab ich, Alter. Den hab ich, Alter. Den hab ich, Alter. Den hab ich, und komm her, Alter. Haha. Digger. Das war geil, das war taktisch. Das war auf jeden Fall... Er hat ihn einfach mal in seinem Rücken gebämpft, Alter. Waffen bereit. Jetzt geht's ab, Alter. Jetzt geht's ab. Tschüss. Sekundärwaffe, ne Bazooka, ey. Geil. Okay. Huuu. Huuu. Hä? Der hat die einfach zur Zeit... ...gekillt. Ach. Der kämpft, Alter. Das hab ich mir schon gedacht, der. Digger, das ist einfach ne Bazooka, Alter. Tschüss. Bäm, Alter. Digger. Profis. Profis. Ey, das Schuss... Also... Hammer. Hammer. Matchball. Das Schussgefühl und das Aiming und so ist Welten gegenüber Black Ops 4. Zum letzten Spiel. Okay. Na, die haben mich. Die werden mich haben. Oder nicht? Mist. Tschüss. Tschüss. Hehehe. Geil. Also das ist hier nicht noch gehabt. Diese kleine Camper, Alter. Hammer. Ich bin begeistert von diesem Spiel. Es wird auf jeden Fall gebyt, Alter. Scheiße ist der. Dieser Hurensohn Camper da hinten. Sorry. Ey, Digga, match Ball und wir schaffen es irgendwie nicht, die zu wicken oder aus? Dieser eine Hurensohn Camper da hinten. Den f*** ich jetzt. Mit einer Snipe? Ne, das ist... Ey, Digga, das Schussgefühl. Ey, ihr müsst das auf jeden Fall ausprobieren. Das ist geil. So, den habe ich. Und der eine, der campt. Ich kenne diesen Camping-Wixer oder so. Boah! Digga, von oben hat er den mal kurz ausgeschaltet. Digga, der hat eine Mine gefickt. Haha, geil. GG. Geil. GG. Yeah. Nice play. Ey, awesome, man. Okay. 3 zu 6. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Also es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Direkt eine zweite Runde. Würde ich mal sagen. Und ja. Krass. Geiles Aiming, geiles Schussgefühl. Alles geil. Und, ähm, das ist auf jeden Fall so, dass es nach der zweiten Runde immer sich mit den Waffen durchwechselt. Das wusste ich jetzt auch nicht davon. Dieses Lager, diese Lagermap, die kannte ich schon von den Gameplays. Aber, jetzt sind wir auf jeden Fall im Wald. Sorry, dass ich die ganze Zeit wusste. Zu viel Shisha. Okay, let's go. Wir sind hinter uns. Ah! Machen es uns nicht leicht. Acht weiter Druck. Huren so eine Runde. Na, mit Schrot findet mich jetzt nicht so, aber... Können wir mal versuchen. Der eine ist auf jeden Fall da drin. Ich höre den. Ficken ihn von hinten. Scheiße, scheiße, lange. Wie der wusste, dass ich komme, oder was? Ja, kleiner Molotov vor mein Gesicht. Okay. Das ist auch so ein... Honk. Team Kamerad. Jetzt gucken wir, was abgeht. Scheiße. Ah, shit. Eigentlich hatte ich den, Mann. Komm. Hä? Ah, okay. Ja, Mann. So. Die Waffe ist auf jeden Fall geil. 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 AK-47. Okay. Der Hohensohn ist da hinten. Außer dir ist niemand übrig. Pass auf deinen Arsch auf. Ja, ich pass auf meinen Arsch auf. Kann man sich ja irgendwie heilen, oder so? Ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Okay. Ach. Shit. Ja, der hat auf mich gewartet. Der wusste, wo ich bin. Aber ich feiere das auf jeden Fall, dass die Maps so klein sind. Zwei gegen zwei. Das bockt übel. Also da haben sie sich auf jeden Fall was überlegt. So, jetzt stürmen wir mal hier nach vorne. Ich bin der größte Depp unter der Sonne. Definitiv. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal schaffen. Der hat seine Mutter auseinandergenommen. Wie heißen sie jetzt auf britische Art? Willkommen. Los geht's, Alter. Jetzt, jetzt, jetzt hab ich, jetzt hab ich keine Lust mehr. Die Granate ist einfach in meiner Hand explodiert, oder? Ach so, der hat mich auseinandergenommen. Ey, die Runde bin ich irgendwie nicht bei mir. Aber ich konzentriere mich jetzt definitiv. Vergiss es. Scheiß Map, Alter. Wo ist der andere, Mann? Der stirbt auch sofort. Bin ich alleine, oder? Ach. Ja, ich bin alleine, Alter. Geil. Geil. Zwei gegen eins, oder? Der eine hat sich einfach verpisst. Egal. Illuminati, du Hurensohn. Ja, auf jeden Fall war das auf jeden Fall das erste Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Geiles Game. Es werden auf jeden Fall weitere kommen. Und so oder so, wenn das Spiel rauskommt. Also ich bin gehypt. Definitiv. Ich würde mir da auf jeden Fall noch ein paar Runden gönnen. In dem Sinne, wir sehen uns, Leute. Besonders. Bis zum nächsten Mal.